Mein Herz wüft vor Freude zum Weltkriegen! Bist du jetzt drin? Ja! Okay, ich nicht. Ich hab eben von meinem Frachter 28.000 bekommen. Alter! Du hast ja gerade geknötet. Ja, du hast Straßen, das wär krass. Ich hab das noch nicht. Ja. Ja, wir machen mal... Ja, ich weiß, was das Problem ist. Ich bin bei 59. Sehr schön. Und ich hab ne... ...Gefriedenheit von 77. Jawoll. So, und jetzt hab ich endlich die... ...Miliz und da... Alle Leute dürfen wählen. Jetzt muss ich aber auch echt auf diese... ...Wahldinger eingehen. Mhm. Also ich glaub, es wär erstmal gut, ne... ... so ne... Klinik zu bauen, wahrscheinlich. Neues davon... ... so... Ja, mein Handel läuft auf jeden Fall, ne? Sehr gut. Richtig. Nice. Nice. Ich bin bei... ... 22 Prozent. Hör auf. 22? Ja, ja. Hast du gemacht, Alter? Die Leute auf der Straße angezimmelt, oder was? Hey, Luke! Ja, das ist ja das Problem, die haben... ... die haben keine, ähm... ...medizinische Versorgung. Ich brauche jetzt noch einen kleinen Laden... ... und dann müsste es das eigentlich auch gewesen sein... ... aber ich glaube, da fehlt die mir noch. Das ist ein Steigertieb zufrieden, halt. Ja. So, jetzt hab ich endlich mal hier... ... ne Klinik. Wo pflanze ich die hin? Direkt neben dem Palast, natürlich. Huch. So, mal hoffen, dass das was... ... bringt... ... dazu... Schon wieder die 28.000... ... eine Nummer. Ein Landhaus direkt gegenüber. Wir haben da reichen Tropico an. Lies mal von der anderen Seite, oder was? Naja, ich hab ja noch einen vor. Ich schneide mir den Wege. Ja. So. So. Wo laufen die jetzt hin? Die Leute aus meinem Vor- sind völlig falsch gelaufen... Die stehen jetzt bei dem ursprünglichen Ziel von denen, aber die Piraten sind abgewogen. Okay. Dann beschießen die sich hier in einem Feld. Tag, Zucker. Ich hab auch nur noch 52% jetzt Zufriedenheit. Da, Revolutionäre 60. Schön. Neue Aufgabe steht jetzt da. Genau. Ich erkläre die Unabhängigkeit. Ihr 15.000 ausgeben. Tschüss. Das ist keine Idee. Das machen wir mal. Äh, endlich hab ich die neue Klinik. Oh? Kann ich da nicht draufdrücken? Denkt daran! Klapper-Mäuler können Schiffe versenken! Also verschließt eure Mäuler mit Hilfe eines in Tropico hergestellten Maulschlüssels! Das kann ich nicht mehr auf Sachen drücken! Doch jetzt! Hä, das war echt komisch! Ich glaubлять... ich habe auch keine arbeit oh nein Gefängnis bauen, ok Das machen wir gleich mal. Das war letztendlich, ab dem Bürgerarten müssen wir nichts vorsetzen. Eine Religion habe ich schon. Brauche ich ein Schweizer nur mein Konto? Wer findet mich nicht gut von den Leuten? Gut, ich kann sogar um finanzielle Unterstützung bitten. Was? Mich? Okay, du kriegst nichts. Religiöse. Ich brauche nichts, ich habe fast so viel wie du. Ah, sehr gut. Präsident, Sie sehen gelangweilt aus. Haben Sie keinen... Hab ich das überhaupt gemacht? Verfassung? Nee. Ich werde jetzt erst mal die ganze Effizienz meiner ganzen Plankagen erhöhen. Mhm. Tabak. Oder was habe ich jetzt gemacht? Doch, Tabak, aber richtig. Und ein Gefängnis bauen. Haben Sie gesagt. Wo ist ein Gefängnis hier? Ist das bei Behausung? Alter, krass. Ich habe gerade 37.000 eingenommen. Was? Fertig, ey. Ja. Ja. So, ihr Pack. Zwei Obdachlose. Oh, ich brauche jetzt. Gänge mal eine... eine Klinik. Ich bin bei 16%. Ich bin bei 27. Ich glaube, ich baue gleich 2. 2 Kliniken. Das ist der nächste. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Glaube. Achso, ja. Glaube. Woll ich noch. Ich brauche mal eine Botschaft. Und eine Highschool, ne? Ui. Das ist aber teuer. Naja, hier ist alles scheiße teuer. Nicht bewegen. So. Das war die Botschaft. Warum? Ich bin der Broker. Vermutlich hatte ich einst einen anderen Namen, aber wissen Sie, wozu Namen gut sind? Sie bringen einen ins Gefängnis, Präsident. Tja. Das ist nichts für mich. Ich bin ein Geschäftsmann. Ach, dafür. Ja, dafür, dass sich das eigentlich lohnt. Genau. Machen wir mal Audienz. Mal gucken, ob das was bringt. Bau hier. Bau hier. Bau hier. Hm. Da nehme ich nicht so viel ein. Nur 80.000. Das her. Die Aktien sind Optionen. Die Optionen sind Aktien. Und alle Auktionen gestoppt. Ja, da kommen noch ein paar Autos. E-Mail rein in den Ha... Oh, gut. Na, aber schnell. Schnell. Hey. Wieso? Achso. So, jetzt habe ich eine Botschaft. Ich lade die Alliierten ein. Ja? Was ist denn Quatsch? Ich habe auch keine Botschaft. Jetzt sollte ich das mal machen. Äh, wo waren wir gleich? Sie haben ja schon gesehen, die Botschaft. Da. Ja, Botschaft. Natürlich direkt hinter dem Palast und neben dem Gefängnis. Versteht sich, ne? Was macht du jetzt? Jetzt muss ich mir nur entscheiden. Ich habe jetzt eine Botschaft und die Alliierten eingeladen. Ob ich jetzt 5.000 will. Oder ob ich 4.000 auf mein Schweizer Nummernenkonto nehme. Ich nehme die 4.000. Ja, das macht Sinn. Irgendwo. Ich habe ja 50.000 Bargeld. Und wäre jetzt auch bei 40% Beliebtheit. Ah, ich bin bei 27. Ich habe manchmal eine Kapelle gebaut. Das sind die. Ja, Mais herstellen. Das klingt vorne, denn tausend. So ein bisschen Geld. Was ist denn von diesem Geld, von dem man reden. Scheint ja ... 31 es wird besser ist schon mal gut ein schwedian schiff? was? wie schiff? ein schwedian schiff 18500 ja gerberei konservenfabrik oben hab ich gerberei gerberei lohnt sich ja auch nur wenn du eine farm hast, ne? ja, ich hab da direkt drei farmen stehen bei mir ich hab noch nicht eine farm krass 25.000 hat auch hier mitgenommen mal wieder noch ein bisschen kurz vorher alter meine goldmine ist leer ne 28.830.000 sind noch da hm, das ist lieber noch ich hab den jetzt für 750 Euro einen Kanarienvogel angeschafft ok krill ach krill pf tsch warte ich weiß nicht, ja hm, 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 hm Da haben wir ein paar Rinder hier. So, das kommt mal weg. Sehr gut, sehr gut, ich bin froh, dass dieses Geschmacksenmächte sabotieren. Ja, ich habe jetzt die Achsenmächte mitgenommen, bei mir. Warum? Warum nicht? Weil du die Alliierten hast, nehme ich die anderen. Einfach so. Natürlich. Und aber wie komme ich denn? Zwölf, muss man natürlich jetzt schon. Erfordert Beziehung 81, okay. Präsident, die Arbeiter haben... Trans-Support-Büro. Okay. Wo ist meine Fahne fertig? Oh, über 30.000. Oh, nice. Ja, guck mal. Jetzt... Jetzt... So. ... Was ist denn noch mit hier? Zack! Ach ja! Transportbüro. So. Und ein Häusle. Rafferschaffler Häuslebauer. Zack. Plup. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. 32% Hm. Okay. Gut. Hebe! Okay. Oh, jetzt eine Kone-Mine. Ah, ja. Nice. Und dann baue ich ein Kraftwerk. Wobei, erstmal sitze ich hier nochmal irgendwo in den Zirkus hin. Milch. Milch. Ja, doch. Schwein. Schwein und Brind. Pascho. Okay. Okay. Unsere Genossen freuen sich über ihre Unterstützung. So. Transportbüro. Nein, das ist doch... Macht den Laden dicht. Ja. So. Die Militäristen mögen mich nicht. Das hatte ich doch aber... Ah, okay. Vielleicht mal noch ein bisschen davon. Die Militäristen mögen mich nicht. Zwei Ungefüllte. Okay, aber die können ja hier rein. Was ist denn eh hier? Was meinst du? Protest. Gegen Militär. Ah, okay. Lass uns jetzt auflösen. Miede mit dem Volk. Ach ne, ist was anderes. Ja. 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 Wann haben wir das Problem? Ja. Ja. Ich bin etwa 42 Prozent immerhin, das mit der Krankheit glaube ich, das löst sich lange auf. Ich bin mal 40. Ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Zwei obdachlose Familien. Aber wo? Würde ich euch da ja ein Haus hinsetzen. So ist es nicht. So, was geht hier ab? Ah, Dominos. Hat mir E-Mail geschickt. So. Das kommt auch immer gut. Botschaft und so. Gut. Also die produzieren jetzt ja Felle und Fleisch. Und die produzieren nur Fleisch. Milch, Käse, Zigarren. Ist Fleisch nur Fleisch? Scheint so, ne? Ich sehe, dass unsere Forderungen erfüllt wurden. Okay. Okay. Was ist das? Ja, komm. Entschuldigen Sie, Präsident. Ich habe einen kleinen Auftrag für Sie. Er macht so viel Spaß, dass Sie mir etwas schuldig sind, wenn Sie ihn annehmen. Okay. Ich muss jetzt hier. Das kann ich noch gar nicht. Ach, Kommando-Garnision brauche ich erst. Die Kommando-Garnision. Freischalten. Und mitnehmen. Und mitnehmen. Platz ist bereit, hier liegt. Ja, okay. Kriege ich die inzwischen. Ich baue die mal so hin. Strafe brauche ich hier nicht. Genau, okay. Dann vielleicht noch was. Das sind zwei, deswegen. Okay. Dann... Gehört hier auch noch mal eins hin. Zack, zack. 32% noch mal. ... tangled... Sind sie die ganzen ranken und schlanken Bürgerleid, die nur aus Haut und Knochen bestehen? Mit doppelten Lebensmittelrationen können sie alle glücklich machen, außer vielleicht die reichen Magnaten, deren Geschäfte auf Knappheit setzen, doch alle anderen werden ziemlich froh über ihre großzügige Geste sein. Hm. Jetzt machen wir mal. Glaube und Hoffnung und ich soll eine Feuerwehr bauen. Feuerwehr kann nur wichtig sein bei dir auch. In einem investigativen Bericht enthüllt Kanal Uno die ganze Wahrheit über die Kommandotruppen. Sie tragen Unterwäsche. Man sollte nicht aus dem Weg sehen. Ja. Bis zum nächsten Mal.